Wie soll man sich gegenüber jemandem verhalten, wenn diese Person ständig bei Aggressionsausbrüchen die Religion beleidigt? Aber wenn man ihn fragt, ob er musste, dann sagt er ja, das ist schwer. Das ist sehr schwer bei solchen Themen. Ich meine, da muss man genau wissen, warum sagt man sowas, wie ist diese Person und warum bei Aggression. Ich meine, wenn diese Person zum Beispiel vor der Polizei stehen würde, würde er die Polizei beschimpfen? Nein. Wenn er bei seinem Chef steht oder vor dem Chef, würde er den Chef beschimpfen? Nein. Da sollte man diese Person erklären, wenn du das wesentlich, absichtlich das machst, dann bist du kein Muslim mehr. Und da sollte man ihm klar machen, dass er auf seine Zunge beißt. Und wenn er auch genervt ist, dann sollte er, wenn er auch unbedingt was Schlechtes sagen will oder beschimpfen will, dann nicht die Religion, nicht den Propheten, nicht Allah. Und da sollte man lernen, zum Beispiel wie manche, die bringen ihren Kindern anstatt, dass sie das deutsche Wort, was sehr bekannt ist mit SCH, dass sie was anderes sagen, wie zum Beispiel Scheibe oder Scheibenhonig und sowas. Es gibt auch bei den Arabern zum Beispiel, weil sie viel Religion beschimpfen, dann haben sie anstatt nun Ba gemacht. Diener, die sagen Dibak, damit er nicht die Religion beschimpft. Deshalb, schimpfen ist schlecht, aber wenn man keine andere Möglichkeit hat, dann sollte man was anderes sagen, und man sollte diese Person klar machen. Aber solche Personen, die Aggression haben und die Religion immer beschimpfen, das ist eine schlechte Erziehung. Die haben eine schlechte Erziehung bekommen. Hätten ihre Eltern ihnen von Anfang an erklärt, dass es falsch ist, dann wären sie nicht so geworden. Aber was wirst du von Eltern erwarten, die nur leben wollen und die nur nach Geld suchen und die nur prallen, dass sie was haben und so weiter. Bei manchen ist es kein Problem. Der Sohn verkauft Drogen, die Tochter geht jeden Tag anschaffen und das ist für sie kein Problem. Deshalb, was wirst du erwarten? Diese Personen werden schlimmer werden. Möge Allah uns bewahren, das kommt von der Unwissenheit. Möge Allah'in Wissenheit. Möge Allah'in Wissenheit.